Ihr habt uns herausgefordert, ich bin euer erster Gegner für Tunesia 2, ja, ihr wollt's Cosmo oder Burning Abyss, ich mach euch fertig, Mann. Oida, was geht ab, Leute, T-Mobilet hier mit der ersten Fan-Challenge im neuen Jahr 2016 mit neuer Struktur, mit neuem Preis, gesponsert von Yu-Gi-Oh! Kart-Market und zwar kriegt der Gewinner jetzt der Fan-Challenge ein 5 Euro Gutschein-Coupon für Market halt, das mit dem Display und Hey, der Haso war eine nette Idee, aber zeitlich einfach nicht umsetzbar, weil, also wir haben eh kaum Zeit für Fan-Challenges und dann, falls einer öfters gewinnt, dass man öfters gewinnt, dass man öfters gewinnt. war einfach nicht möglich, deswegen ab jetzt so. Ankündigungen, nähere Infos dazu haben wir gemacht, ist nochmal unten in der Beschreibung. Ansonsten haben wir heute den Tunesia 2, wie ihr schon mitbekommen habt, natürlich mit Cosmo gegen den Fan, Phoenix 253 und der spielt Infernoid und viel Spaß beim Duell. auspettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020